Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video und ja, ich werde mich heute zeigen und ich weiß, ihr habt bestimmt etwas anderes erwartet, aber ich denke schon, man hört von der Stimme her, da ich eher ein Junge bin, jetzt keine 18-Jährige oder so. Also, ähm, und ja, ich will auch gar nicht lange rumreden und ja, ich zeig mich mal, warte, ich mach mal kurz kurz, seid ihr bereit? So, da, obwohl sie nähert euch nicht, wartet kurz. Okay, wartet, ich behebe das ganz kurz. Wartet. So, jetzt geht's, oder? Ja, jetzt geht. Ja, Leute, das bin ich. Und ich weiß ja, ob was anderes erwartet und ja, ähm, ja, eigentlich wollte ich das erst ab 100 Abonnenten machen. Und wir haben jetzt, nee, 100, ich weiß, 10 oder 100. Wie viel haben wir gerade? Ich schau mal nach. Sie mal in Lenden und ja, wir wachsen. Wir wachsen. Und, ähm, jetzt habe ich, ich muss gerade lachen, jetzt habe ich zumindest irgendeinen Punkt, wo ich hinschauen kann. Und, ähm, ja, Leute, bitte nicht böse sein, meine Haare. Ja, ähm, und, ähm, wie gesagt, ich wollte es einfach nur als Gefühl loswerden, weil ihr habt ja immer Angst. Ich wollte es einfach loswerden, weil ihr wisst das bestimmt. Und, ja, so sehe ich aus und merkt euch das Gesicht, weil ich werde diese Webcam nicht immer anlassen. Ähm, ich werde sie wieder ausmachen, wenn, ähm, also ich mache sie erst wieder an, wenn wir die 10 Abonnenten geschafft haben. Jetzt ist es, glaube ich, Standbild, bin mir gerade nicht sicher. Bei mir wird Standbild angezeigt und, ja. Ähm, was soll ich da jetzt zu sagen? Und, tja, ciao, ciao, euer YouTuber. Und bitte abonniert. Danke.